Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Remnant 2. Wir sind immer noch in den kaiserlichen Gärten und da kommen direkt wieder mal ein paar Gegner. Ein paar viele Gegner, ja. Ja, komm, lad mal ein bisschen schneller nach, danke. Ach du Scheiße. Auch mal den hier, komm. Ja, das ist gut, habe ich meine Mod aktiviert. Gut, habe ich die Mod aktiviert. Sind meine Kugeln? Ja, egal. Hat funktioniert. Ich habe es überlebt, das ist das Wichtigste. Und ich habe keine Heilung gebraucht und ich habe wieder voller Munition. Ja, was will ich noch mehr? Basically nichts. Da ist er, Rainer. Fuck. Oh, guck mal. Ein Amulett. Kugel des Pünktels. Ja, das werde ich nicht brauchen können, ich gebe doch nicht meinen Lifestyle auf. Ich gebe doch nicht meinen Lifestyle auf, ich bin doch nicht blöd. Na los. Die Nächsten bitte. Oh ja, da ist doch ein Bogenschützer, okay. Wer wieder verschwindet, sehr gut. Widerstand gegen Leidenszustände. Widerstand gegen Leidenszustände. Das reicht. Erstmal. Das reicht noch gar nicht, mein Freund. Sollte es denn reichen? Wir fangen erst an für heute. Ich frage mich, wie groß dieses Gebiet noch ist und warum ich überhaupt hier bin. Oder was ich hier machen muss. Oh, da vorne ist ein Checkpoint, oder? Das ist korrekt. Erstmal hier. Nee. Warte mal. Das ist ein komplett anderes Gebiet. Hier, das ist ja riesig, das Gebiet. Und das ist, glaube ich, nicht mal für die Hauptstory relevant. Glaube ich zumindest. Ich habe wieder sieben Eisen. Das ist immerhin etwas. Ja, zu Station 13 gehen wir nicht. Brauche ich jetzt gerade noch nicht. Was ich brauche, sind die Gegner. Na, komm, mein Freund. Komm. Ach du Scheiße. Oh, komm, ich habe es getötet. Oh. Doch, das kann ich abschießen jetzt. Okay. Und was ist das? Ja, aber was ist das? Geht's im Ernst? Hä? Keine Ahnung, Mann. Gehen wir weiter. Sag mal. Da oben ist auch ein Bogenschütze versteckt. Gehen wir den mal rasch erledigen. Das sind, glaube ich, zwei. Ja. Drei sogar. Okay. Ja, okay. Das könnte so ein bisschen unangenehm werden. Oder auch nicht. Ich kann nichts mehr tragen. Hier ist wieder so ein Ding, aber... Ja, ich weiß halt auch nicht, was ich hier machen soll. Ich habe es absolut überfordert. Hä? Ich kann ja auch nirgends durchgehen. Kann ich das eventuell mit Feuer wegmachen? Lass mal probieren. Ja, shit. Ich kann die Mod nicht aktivieren. Perfekt. Und jetzt? Scheiß drauf. Was ist jetzt los? Okay. Und wo kommen die denn jetzt auf einmal? Noch mehr. Super. Ach du Scheiße. Okay. Easy. Den kleinen müssen wir noch erledigen. Brav. Okay. Ich habe das Gefühl, irgendwo ist noch was. Was ist eigentlich mit dem da? Okay. Das ist jetzt vielleicht nicht das Beste, was ich gemacht habe. Das Ding da anzugreifen. Wobei, er kommt jetzt. Okay. Oder auch nicht. Bösartig und Vortex. Okay. Die Frage ist jetzt halt, wo ist das Ding hin? Ist wieder weg. Krass. Ist es endlich vorbei? Ich weiß es nicht. Ich gehe mal den ganzen Scheißweg zurück. Komm. Mal hier noch. Warte mal. Ja, das war keine gute Idee. Gar keine gute Idee. Jetzt bin ich wenigstens wieder beim Checkpoint. Und wir... Keine Ahnung, wo wir durchgehen können. Aha. Warte mal. Okay. Ölbalsam. Schneide des Waldes. Schneide des Waldes. Macht er viel weniger Schaden. Okay. Schildmenge, Widerstand gegen Leidenszustände. Brauche ich beides nicht. Okay. Okay. Jetzt geht's los. So. Die Frage ist jetzt halt... Hier bin ich vorhin draufgegangen. muss irgendwie eins nach unten kommen. Die Frage ist halt... Wie? Das ist sicher nicht der Weg. Hä? Keine Munition fallen gelassen. Oh, warte mal. Guck mal da. Kann ich da nicht... Das kann ich doch sicher irgendwie zerstören, das Ding da. Oder nicht? Ah, von hier aus seh ich's nicht mehr. Ist das alles bescheuert. Ah, warte. Ich kann ja hier hochklettern. Ah. Problem gelöst, glaube ich. Ja, guck mal. Brav. Bisschen Reliktstaub und Altmetall. Das war's dann auch schon. Ja, gut. Besser als nichts. Und hier kann ich wahrscheinlich... Guck mal. Den Burschen da erledigen. Aha, ja, das ist Munition. Oh Gott. Ähm. Machen wir das so, bitte. Danke. Puh. Jetzt machen wir's nochmal hier. Nichts. Perfekt. Ich bin, glaube ich, jetzt auf der anderen Seite der... ...verschlossenen Türe, ne? Ist richtig. Ja, ja, das ist richtig. Also, wenn jetzt hier nicht was richtig cooles versteckt ist, dann weiß ich also auch nicht. Da ist die Samantha schon wieder. Was ist das hier? Keine Ahnung. Der Manta ist... Ah, der ist da hinten am rumfliegen. Geschmiedetes Eisen. Ach, du Scheiße. Warte mal. Oh Gott. Okay, oben muss das Zeichen... Ah, das ist sogar richtig. Okay. Dann... ...kommt... ...dreimal die Schere. Das ist ja schon richtig. Hier, warte mal. Hä? Mache ich was falsch? Hm. Warte mal. Ist ja schon richtig, oder? Oder täusche ich mich jetzt einfach gerade richtig heftig? Das kann natürlich auch sein. Vielleicht muss es ja so sein. Ja, ne. Das wäre ja genau das Gleiche. Ähm. Wenn ich auf Sockel aktivieren gehe, dann bewegt sich aber nur der oberste Kreis. Zurück zur Schere. Hä? Ich check's nicht. Egal. Was haben wir hier Schönes? Das ist auch ein Item versteckt. Ah. Und ein Shortcut, glaube ich. Ist es ein Shortcut? Ja, aber Abs. Warte mal. Ja, das... Ja, jetzt bin ich wieder ganz am Anfang. Ah, wow. Das ist ordentlich. Jetzt habe ich den ganzen Weg 30 Minuten lang gemacht. Um wieder ganz am Anfang zu sein. Einfach die Tür für dort zu öffnen. Ja, wirklich großes Kino. Guck mal da. Ah, komm. Hoppala. Da kann ich wenigstens ein bisschen... Reifsteal. Ach, die Scheiße. Ist hinter mir auch noch was? Ja, überall ist ein bisschen was. Ja, da vor allem. Fuck. Hä? Oh, komm mal. Hier liegt mehr als genug Munition rum. Eisen, Munition, noch mehr Eisen. Sehr gut. Was haben wir hier? Ich heile mich zwar nicht viel, aber ich heile mich immerhin. Aber sonst gibt es hier oben nichts. Wenn das da kannst du nicht kaputt machen. Was ist jetzt los? Schon wieder. Woher kommen die denn alle auf einmal? Lass mich doch einfach mal in Ruhe. Ich frage mich jetzt halt, wo ich hin soll. Na? Da gibt es schon noch ordentlich Gebiete, die ich noch nicht erkundet habe. Woher? Mach mal so. Brav. Ah, stimmt. Das da ja wieder. Es gibt schon noch ein ordentliches Gebiet, welches ich hier noch gar nicht erkundet habe. Es ist jetzt schon wieder. Von wo kommen die Scheißdinger die ganze Zeit? Das kann ja wohl nicht euer Ernst sein. Und wir gehen wieder runter. Ich habe es gesehen. Ich frage mich halt. Ich bin noch im Fight, darum die Ausdauer. Okay. Aber mit wem bin ich im Fight? Das verfolgt mich ja nichts. Oder? Keine Ahnung mit wem oder was ich im Fight bin. Fakt ist, wir gehen nochmal zum Checkpoint. Ja, okay. Ja, jetzt bin ich im Fight. Und jetzt nicht mehr. Ja, ist auch in Ordnung. Gehen wir mal an den Checkpoint. Ich glaube, jetzt soll ich... Ja, ja. Ich habe sogar genug Eisen, um die Pistole zu verbessern. Dann gehen wir mal zu Station 13. Dann gehen wir in die Werkstatt. Einen Boss habe ich nicht besiegt, oder? Oder doch? Reden wir mal mit dir. Nee, ich habe deine Zeit tatsächlich verschwendet. So, hier. Geschmiedetes Eisen. Damage geht auf 55. Und jetzt... Oh, Altmetall fehlt mir. Weißt du was? Ich kann dich doch brauchen. Und zwar... Kannst du... So was, du kannst 14 Lumenkristalle haben. Wird schön. Dann verbessern wir die Waffe nochmal. Was ist hier? Eine Bosswaffe auf plus 5 aufwerten. Okay. Jetzt brauche ich verzinktes Eisen. Das wird noch kommen. Okay. Das ist doch super. Haben wir ordentlich Upgrades machen können. Das wird sicher helfen. Definitiv wird das helfen. Gehen wir mal zurück zu den kaiserlichen Gärten. Bin gespannt, wie lange ich da noch so orientierungslos rumrenne. Das ist die große Frage. Das klären wir aber morgen. Heute ist gut. Ich sag danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.